Jo Leute was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute ist so ein kleines Infovideo für Kanalpunkte bei mir auf dem Twitch-Kanal. Ich bin richtig aus der Puse, weil ich gerade 100 Liegestütze machen muss und wie ihr seht, bin ich gerade bei 30 von 100. Ich bin richtig unsportlich. Gehe da gleich weiter. Aber worum es geht ist, es gibt Kanalpunkte für Any% und 100% Runs und die Liste, die zeige ich euch jetzt. Die sieht wie folgt aus. Wir haben mit dabei Donkey Kong Country 1 und 2, Dark Souls, Super Mario 3D World, Super Mario 64, Pokémon Rot oder Blau. Da hätte ich übrigens extrem Bock drauf. Wir haben mit dabei Alt-R4-Einrun natürlich, Yoshi Island, Star Wars Podracer, Super Mario World, Banjo-Kazooie habe ich auch schon mal auf 100% gemacht. Genau wie Zelda Ocarina of Time. Wir haben Elden Ring dabei, da hätte ich auch noch mal Bock auf einen Run. Wir haben Super Mario Sunshine dabei und Man Eater. Und die 100% Spiele, ich denke es hat noch niemand über 200.000 Punkte, aber ich kann euch die trotzdem schon mal sagen. Das werden Mario 64 sein für 100%. Es wird Zelda Ocarina of Time sein für 100%. Es wird sein Mario 3D World, das heißt alle Sterne. Star Wars Racer, 100%. Das ist so ein bisschen gemogelt, weil Any% und 100% ist fast dasselbe bei dem Game. Man Eater 100%, das heißt alle Upgrades. Banjo-Kazooie 100%, also so wie ich es auch schon mal gemacht habe im 12-Stunden-Stream. Und Super Mario World 100%, heißt alle Level abschließen. Und ja, das ist die Liste. 20k soll es ja nicht verrecken. Ja, schau mal, ich mache jetzt heute die 100, dann gucke ich mal wie ich mich morgen fühle. Vielleicht mache ich das auch nicht in jedem Stream an, weißt du. Aber es soll sich schon lohnen. Moin, Kinto, grüß dich. So, was sagt ihr zu der Liste? Lame, ich fühle mich gescammt. Was? Du hast doch noch gar keine Punkte ausgegeben. Wie kann es ja gescammt sein? Wollen wir ihn direkt Elden Ring spielen lassen? Wieso? Aber wieso Elden Ring? Guck mal, ich habe so eine schöne Variety auf Spielen. Elden Ring habe ich schon 100.000 Stunden gespielt mit euch. Jetzt willst du nochmal, dass ich Elden Ring spiele? Verstehe ich nicht. Also mach. Ich habe Bock auf jedes Game, was da steht. Es gibt nur ein Game, worauf ich keinen Bock habe. Von der Liste. Ich habe Bock auf 3D World. Hast du 50.000? Gescammt werden ist hier in der Tagesordnung. Ja, sieht man an deinen 100 Liegestützen, wovon ich nur 30 gemacht habe. Aber da geht gleich weiter. Mein Muskel ist langsam wieder wach und weint nicht mehr. Lame und Scam. Hast du nur 300.000 Jahre in Kuba? Dann muss man ein bisschen mehr gucken. Kann mir jemand 30k leihen? Lara, was würdest du dir wünschen? Ich kenne da jemanden, der hat 80.000. Was würdest du dir wünschen, Lara? Du gibst zu viel aus. Welche rote Edition? Die allererste. Die allererste. Oder meinst du Feuerrot ist besser? Ist mir eigentlich egal. Feuerrot, Rot. Let's go nicht, weil diese scheiß Bewegungskacke. Pokémon willst du? Auf Pokémon hätte ich auch Bock. So ist es nicht. Ja, also das ist die Liste für euch auf YouTube. Also eins von den Spielen könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Wird wahrscheinlich die nächste Zeit auch auf YouTube kommen mit Highlights. Also den Kanal abonnieren, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal. Wir können mal auch in den Kommentaren sagen, was ihr euch wünschen würdet. Das würde mich auch interessieren. Und dann würde ich sagen, haut rein.